Champions League Spieltag 1 – Mögliche Aufstellungen und Taktiken Die Champions League steht wieder vor der Tür und mit ihr die Aufregung und das Spektakel, das die besten Mannschaften Europas bietet. Am kommenden Spieltag treten zahlreiche namhafte Teams an, um ihre Gruppenphase zu eröffnen. Die erste Runde verspricht bereits jetzt, spannende Duelle und taktische Feinheiten zu bieten. Eine der am meisten erwarteten Begegnungen findet zwischen dem FC Bayern München und Manchester City statt. Beide Mannschaften zeigen sich in den letzten Wochen in herausragender Form und werden mit voller Besetzung antreten. Laut verschiedenen Analysten seien die Bayern bestrebt, ihren Heimvorteil auszuspielen und sich frühzeitig in eine gute Position zu bringen. Zudem wird erwartet, dass die Münchner in einem offensiven 4-2-3-1-System agieren, wobei Joshua Kimmich und Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen. Auf der anderen Seite könnte Manchester City mit einem ähnlich agilen 4-3-3-System auflaufen. Insider berichten, dass Pep Guardiola plant, seine Offensive um Erling Haaland und Phil Foden zu bündeln, um die Defensive der Bayern gehörig unter Druck zu setzen. Guardiola bewertet die Stärke der Bayern hoch, plant jedoch mit schnellem Umschaltspiel zu kontern. Ein weiteres spannendes Duell zeichnet sich zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand ab. Die Katalanen haben in der letzten Saison große Fortschritte gemacht und könnten möglicherweise im 4-3-3-Format antreten. Es wird spekuliert, dass Spieler wie Gavi und Pedri das Mittelfeld dominieren und die Offensive um Robert Lewandowski antreiben könnten. Analysten sind sich jedoch einig, dass die Abwehrformation der Spanier von Inter Mailands Schnelligkeit auf die Probe gestellt werden könnte. Inter wird voraussichtlich im 3-5-2-System spielen. Quellen in Italien berichten, dass auf diesen Positionen einige taktische Überraschungen nicht ausgeschlossen sein? Hier ist der übersetzte Text auf Deutsch. Besonders die Außenbahnspieler, die sowohl defensiv als auch offensiv agieren, könnten in dieser Begegnung entscheidend sein. Für die Fans verspricht der erste Spieltag der Champions League hochklassigen Fußball. Die Vorfreude ist spürbar und die Trainer scheinen bereits zahlreiche Strategien vorbereitet zu haben. Der Kickoff wird nicht nur für die Teams von Bedeutung sein, sondern auch für die taktischen Überlegungen, die den Verlauf der gesamten Gruppenphase beeinflussen könnten. Die ersten Spiele werden die Weichen für die kommenden Runden stellen und die Zuschauer dürfen sich auf spannenden Fußball freuen und darauf gespannt sein, welche Mannschaften sich schon frühzeitig in eine vielversprechende Lage bringen können. Autor Anita Farke, Mittwoch, 18. September 2024.